Hey ho meine Lieben, ich trinke mal ein Schluckchen. Ich habe Durst. So, manchmal noch schnell einen Nikotinstängel. Ihr könnt euch ja den geilen Beat reinziehen, der gerade läuft. Auch einer meiner Favos. Ist einfach nur geil. Und wenn wir jetzt gleich anfangen mit einrichten. Dann werde ich noch ein paar Folgen machen vom Let's Play. Ich werde erst mal dieses. Oder? Und muss gucken welches am besten aussieht. Wie gesagt, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, welches Texture Pack ihr haben wollt. Und da habe ich ein Angebot. Ja, okay. Genug Krummisch passt. Wir haben hier diverse Zimmer. Ich würde sagen, hier machen wir die Essecke. Küche und Dings ist immer gut. Pool. Hier hauen wir den Tisch und sowas an alles. Okay. Ja. So. Diese amerikanischen Küchen hat mir immer so eine Arbeitsplatte. Die würde ich hier mit reinhauen. So. Ähm. Das hauen wir hier mal alles weg hier. Ah scheiße, da ist der Dings bei. Dann hauen wir uns wieder. Ähm. Da, 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 da. Das sind ja immer diese Blockartigen Dinger hab ich gesehen. Haben die meistens. Ähm. Hm. Hm. Okay. Dann hier so ein Tresen. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und...